Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Dienstag, der 27. Juni 2017. Geek Talk Daily, die 148. Heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Bring im Browser. Tesla 3 Bilder. Little Snitch. Samsung überholt bei den Verwells. Fritz OS Labor. So eine Beta. Facebook-Gruppen. Made with R-Kit. Überweisungstastatur. Surface-Werbung. E3-Presentation. Google-Wi-Fi. Und SNES Classic zum Rausschmeißen. Und dann noch eine kleine Ankündigung. Aber ja, beginnen wir mit den Themen. Das allererste ist ein schönes Schweizer-Thema. Die extrem beliebte App Bring für einen Einkauf auf dem iPhone, auf dem Apple Watch etc. Die gibt es jetzt endlich im Browser. Gestern habe ich es schon getweetet und einen Blogpost dazu geschrieben. Genial, dass das endlich da ist. So gefällt es mir. Hätte schon länger sein dürfen. Jetzt ist es aber endlich da. Umso freudiger. Jetzt müsse man eigentlich nur noch den Weg Richtung Android schaffen. Oder gibt es das drüben schon bei Android? Natürlich gibt es das auch drüben bei Android. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt, ohne zum Smartphone zu greifen, sprich, dass der Chef das mitbekommt oder die Mitarbeiter nebendran im Büro, einfach kurz über die Webseite getbring.com euch einwählen und dann die ganzen Zutaten, die ihr noch einkaufen möchtet oder müsst, hinzufügen. Das nächste, der Tesla Model S3. Das günstige, in Anführungslußzeichen Tesla Modell. Was ja diesen Herbst, glaube ich, noch zu den allerersten Modellen vom Rollband gehen möchte, wurde jetzt gesichtet und es gab ein paar Detailfotos. Der Technikblog.ca hat da ein paar Fotos veröffentlicht, die in Amerika veröffentlicht worden sind. Da sieht man einige Details. Auch unter anderem konnte man den Range einigermassen errechnen, wie weit das Teil käme. Circa 300 Meilen, das sind circa 480 Kilometer. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wie die Zahlen dann schlussendlich sind. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt mehr Bilder und ein paar Dinge, die jetzt geklärt sind. Thema Sicherheit. Wenn ihr sicher ins Netz gehen möchtet, bietet sich eine Firewall an. Das gibt es in Hardware, das gibt es in Software. Je nachdem, kann man Geld ausgeben, kann man auch nicht. Sinnvoll ist es, das zu tun. Auf dem Mac, so die Haupt-App oder besser gesagt, die Hauptsoftware, die es dazu gibt, ist sicherlich Little Snatch. Und die kommt nächstens in der Version 5.0 auf den Markt. Das Ganze wird am 5. Juli soweit sein und die Software wird nach wie vor 45 Euro kosten. Wenn ihr den Vorgänger schon habt, dann lässt sich das Ganze für 25 Euro open drauf kaufen. Sinnvolle Investition, wenn man das möchte, muss man einfach am Anfang ein bisschen reinfuchsen, bis die ganzen Einstellungen mal grundlegend gestellt sind. Zu Beginn des Jahres, also circa im Frühling irgendwann diesen Jahres, konnten wir ja vermelden, dass Apple in den Wearables Fitbit überholt hat und somit der Platzhirsch ist, sprich die Nummer 1, was Wearables anbelangt, mit der Apple Watch alleine. Neu gibt es Zahlen von Samsung und damit hat es Samsung geschafft, sie haben Fitbit überholt. Denn Apple ist mit 53% im ersten Quartal, so haben sie 17, Nummer 1. An zweiter Stelle mit 12,8% ist Samsung, an dritter Stelle mit 12,2% Fitbit. Also viel nehmen sich die beiden nicht, aber dennoch mit den beiden, die ja viele unterschiedliche Devices haben, ja, haben sie es geschafft, das Ganze umzukehren. Mal schauen, wie das dann im nächsten Quartal ausschaut. Wer von euch eine Fritzbox von AWM zu Hause hat und eines der aufgeführten Modelle, die 7490, die 7580, die 7590, den 1750e oder die Powerline Adapter von ihnen im Einsatz hat, der kann, wenn er mutig ist und vielleicht nicht, ja, sagen wir so, eine experimentierfreudige Partnerin zu Hause hat, mal die Beta ausprobieren. Ich empfehle das schon eher nur dann, wenn eben, ja, ihr vielleicht allein seid oder eben die Nerven nicht ganz so strapaziert werden und oder im schlimmsten Fall ein genügend starkes LTE-Netzwerk vorhanden ist. Ne, Quatsch beiseite, ihr könnt euch die ganzen Dinge ja abspeichern, also die ganzen Einstellungen und das Ganze wieder zurücksetzen. Kurzer Dinge, schnelle Info, die neue Beta-Software für eure Fritzbox, die kann jetzt Mesh, also sogenanntes Mesh-Netzwerk. Mesh-Netzwerk, das ist einfach erklärt, es macht aus all euren Produkten, die ihr zum WLAN erzeugen in eurer Wohnung habt, ein homogenes WLAN, damit das Ganze schön ausgelastet ist. Ja, kann man installieren, wenn man möchte, ich bin noch ein bisschen rumstudieren, nächstens kommt ja eine neue Box, somit könnte ich eigentlich auf der alten das Ganze mal ausprobieren. Aber gehen wir weiter, weiter im Bereich Beta, denn Apple hat ja das iOS 11 für die Entwickler rausgegeben, die öffentliche Beta, die folgt ja nächstens hoffentlich und in der Beta kann man unter anderem die Entwickler mit dem AR-Kit ein bisschen rumbasteln, also Augmented Reality und da gibt es jetzt die ersten Videos dazu, ganz spannende mit Legos etc. Aber noch viel spannender ist das mit dem Massband, das schaut extrem genau aus, also extrem, so 5 mm weich zap, ist natürlich nichts für, wenn es ganz genau sein muss, aber für nur mal so einen Spass, schnell irgendwas messen, schätzen und so weiter, ist das natürlich eine geniale Möglichkeit, auch trotz Zittern etc. sehr, sehr genau. Da bin ich gespannt, ob es vielleicht besser wird, wenn es dann aus der Beta rauskommt und oder je nach Device, das man da drauf einsetzt, könnte vielleicht auch einen Einfluss haben. Dann nochmals Apple. Apple ist ja bekannt dafür, Apps aus dem Store zu werfen, wenn sie später selber ähnliche Funktionen einpflegen wollen. Man weiss ja, dass nächstens mit iOS 11, dann im Herbst, eine Möglichkeit kommt von Peer-to-Peer, also Bezahlen von Kunde zu Kunde. Also ich überweise Jan oder Achim oder auch jemand von euch ein bisschen Geld und das geht ja dann über die iMessage-App. Das genau wurde jetzt rausgeschmissen. In der Tastatur hat eine australische Bank hingekommen, dass das Ganze eben überweisbar ist und genau das wurde entfernt. Böse, böse, dieses Apple immer wieder mal. Aber ja, müssen wir damit leben oder auch nicht, je nachdem. Gestern war es gestern? Ich glaube doch, gestern habe ich euch erzählt, dass Google eure Mails nicht mehr liest und ab sofort nicht mehr böse ist oder so. Ne, Quatsch. Neue Hardware habe ich da ja auch gesprochen und es ist jetzt soweit, nämlich Google Wi-Fi. Die ganzen lustigen Mesh-Netzwerk-Hardware-Stücke sind ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Österreich weiss ich nicht, glaube ich wird aber jeweils auch gleichzeitig beliefert, kann sicherlich der Jan Auskunft geben. Die Schweiz ist leider wieder mal nicht dabei oder heisst leider, wer möchte schon ein Google-Device zu Hause stehen haben. Gruß an Achim. Dann auch heute ganz überraschend, also gut, so überraschend, wir wussten, dass es kommen wird im nächsten Weihnachtsgeschäft, aber heute ist angekündigt, offiziell angekündigt worden, nach dem Nintendo Entertainment System, dem NES in der Classic-Version, kommt in diesem Jahr auch das Super Nintendo Entertainment System in der Version Classic. Ab dem 29.09. im Handel einen Beitrag dazu und auch welche Spiele da mit dabei sind, findet ihr auf pokipsi.ch. unserem Blog dazu. Zu guter Letzt habe ich, wie vorhin noch gesagt, eine kleine Überraschung anzukündigen. Diese Woche werden wir die 150. Folge aufnehmen, oder besser gesagt wir, ich werde die 150. Folge aufnehmen. Ich habe mir gerade vor kurz überlegt, ich könnte mal schauen, vielleicht gibt es da einen kleinen Wettbewerb. Seid also aufmerksam, verfolgt uns über Social Media, Links findet ihr auf daily.geektalk.ch und ihr werdet es auf jeden Fall nicht verpassen. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören, euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns morgen, am Mittwoch wieder. In diesem Sinne, bis bald, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.